Junge! So, da wollen wir gleich hoch. Machen wir gleich mal ein schönes Video. So, die Entscheidung liegt jetzt bei uns. Nehmen wir den Shortcut oder nehmen wir den Weg, der für uns vorbestimmt ist. Die Entscheidung liegt nur bei uns. Wisst ihr Freunde, mit dem Erfolg ist das wie mit diesem Berg hier. Es werden einem viele Steine in den Weg gelegt. Viel Matsch, viele Wurzeln. Man hat viele Steigungen. Und trotzdem schafft man sie zu überwinden. Bis ihr euch selber respektiert, keiner werdet euch respektieren. Es ist ganz einfach. Damals, einem Jahr her, wenn ich ganz angefangen habe, egal in welchem Zimmer ich rein war, egal wo ich hingegangen war, ich war einfach durchsichtig. Obwohl ich eine starke Meinung hatte. Aber ich habe mich selbst nicht vertraut. Ich habe nicht geglaubt, das was ich anbieten könnte. Ich habe nicht geglaubt, das was ich war. Jetzt, ich muss gar nicht sagen, egal wo ich hingehe, egal wo ich hingehe, die Menschen automatisch haben Respekt. Und schauen sich sofort an, was ich mache, was ich bin und so weiter. Die einzige Sache, was ich geändert habe, war meine eigene Meinung. Über mich selber. Und die Menschen fühlen das. Denkt ihr, das ist möglich? Das ist sehr, sehr möglich. Ich kenne das bei mir. Ich kenne Menschen, mit denen ich arbeite jetzt, heutzutage. Und die haben sich komplett geändert. Die empfinden das hier in dem Vlog. Die haben sich komplett geändert. Die denken anders. Die sind anders. Ich frage die selber, wie die sich fühlen. Und was für ein Unterschied ist es zwischen der Person heute und genau die gleiche Person einem Jahr her. Das ist krass. Aber nur, wenn du all in an dich selber gehst. Fang an. Ist scheißegal. Fahr runter. Wenn du runter fällst, gut. Steh auf. Blut wischen. Aufstehen. Und weiter gehen. Du kannst es nicht warten. Du kannst es nicht warten. 100 Jahre für die perfekte Möglichkeit. Das wird es nie geben. Die Menschen warten für die perfekte Business. Die Menschen warten für das perfekte Moment. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Du kannst einfach nur lernen, wenn du einfach akzeptierst, dass du weißt nur, was du weißt. Alles, was du nicht weißt, ist deine Möglichkeit. Dort liegen deine Möglichkeiten. Du wirst nie lernen von dem, was du schon weißt. Weil das, was du schon weißt, haben dich hier gebracht, wo du heute bist. Also ich steh auf. Ich sag einfach, fuck it. Ich hab keine Lust mehr. Mach das, was du willst. We gon' break tradition, fuck the gender roles. All the things the pencil wrote. Open me to let me grow. Stuck inside a cruel old world. Feel like I'm Freddie Jones. Woke up, faded in the dunes. Too conscious of my talents. I got nothing here to prove. Opinions of the sheep won't play no factor in my mood. I built a studio at home. I'm banging tracks out in my room. I'm earning profits to fill my pockets and get me food. Big deposits while still in college do what I do. Hey Freunde, was geht ab? Wir sind gerade auf dem Weg nach Hannover. Alle Videos sind fertig geschnitten. Alles ist fertig. Falls ihr dieses Video hier gerade seht, ist es schon wieder ein Tag zurück. Also, wenn ihr dieses Video hier seht, schaut euch unbedingt das Video von gestern an. Ein richtig geiles Ding von Niklas. 9 Minuten, purer Content, purer Wahrheit. Und jetzt geht's weiter nach Hannover. Hier ist ein Tief für. Ihr seid aber einfach ans Die Bischarge. Und jetzt geht's weiter nach Hannover. Die Bischarge. Der wird delivered für Schleif儀, Der wird also auf den Weg nach Hannover. Der will halt alles auf den Weg nach Hannover. Der will also auf das Bild und rechts auf den Weg nach Hannover. Das ist eine dafür, was ein Teil geschützt. Der ist ein Teil von der Lettage. Freunde, habt ihr schon mal so eine Lampe gesehen? Guck mal, das Ding ist der Überschüt. Da kommt unsere YouTube-Ecke. Was geht ab? Boah, weiter hin und zum Start. Mach mal die Kamera aus. Ich bin Schüchtern, die Kamera aus. Ah, jetzt wird's... Leg dich mal vor meinem Bein. Okay, komm. Proffest du jetzt? Komm, wir sehen uns. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Spreuchen macht Spaß. Dank.